Nach fast einer Woche verlassen wir jetzt diesen Stellplatz wieder. Der Jimmy ist abfahrbereit, wir sind abfahrbereit und wir wollen heute mal wieder etwas wagen, was wir sehr, sehr selten machen, weil es meistens in einer ziemlichen Katastrophe endet. Und wir geben dem Ganzen aber heute nochmal eine Chance und hoffen, dass es vielleicht ausnahmsweise mal besser läuft. Wir werden sehen. Das war jetzt ein bisschen stressig. Wir sind nämlich in Ljubljana. Der Fabian hat hier ein richtig tolles Restaurant gefunden, wo wir gerne hingehen wollen. Und mit dem Van ist es aber einfach kein Spaß, in große Städte zu fahren. Es war wirklich jetzt richtig stressig. Erstmal war die Straße gesperrt, die wir eigentlich fahren sollten. Dann ist es natürlich immer herausfordernd, einen neuen Weg zu finden. Und dann muss man erstmal einen Parkplatz finden, wo man mit so einem großen Auto hinpasst. Dann landet man auf einmal in Fußgängerzonen, muss da wenden und so weiter. Jetzt haben wir hier an einem Parkplatz einigermaßen in der Nähe einen letzten Parkplatz gefunden, wo wir reingepasst haben, sind ganz happy und können jetzt doch noch ins Restaurant. Wir haben es eigentlich schon mental aufgegeben, aber freuen uns, dass es jetzt doch klappt. Das ist doch geil. Geil! Gestern haben wir in Holländer auf unserem Platz kennengelernt. Den Jan und der hat uns hier von so einem coolen Markt erzählt und wir wollten ja hier eigentlich nur was essen gehen. Und witzigerweise ist jetzt der Markt in Ljubljana genau bei unserem Restaurant unweit. Und den checken wir jetzt mal aus. Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir nicht so fett in den Supermarkt eingekauft. Also das, was wir gesehen haben, war schön. Hier steppt richtig der Bär. Es ist voll was los. Es ist auch Samstag und super schönes Wetter, muss man natürlich dazu sagen. Aber irgendwie war das cool jetzt, dass dieser Wochenmarkt war. Wir wussten, wir haben echt keine Ahnung gehabt, weil wir wirklich nur hergekommen sind, um in dieses Restaurant essen zu gehen und waren jetzt echt positiv überrascht. Ich hätte super gern da noch ein bisschen was eingekauft. Wir sind aber immer diese Fraktion kein Bargeld dabei, wenn wir es brauchen. Und darum gab es keine Erdbeeren für mich. Aber wir werden irgendwann anders tolle Erdbeeren finden. Aber es war richtig schön. Ich glaube auch ganz fest an uns. Ich glaube auch fest an uns. Und es war richtig schön. Und ich glaube, Ljubljana ist echt, hat auch noch viel, viel mehr zu bieten. Wir haben jetzt aber tatsächlich, sind schon auf dem Rückweg zum Van, weil wir dann jetzt weiterfahren, weil wir heute noch ein bisschen Strecke machen müssen. Aber der Abstecher war richtig cool. Es scheint so, als ob wir jetzt draußen wären aus Ljubljana. Und ich bin gar nicht ganz böse. Nein, auch wenn das jetzt super schön war, machen wir solche Städteausflüge wirklich selten, wo wir mit dem Van reinfahren in die Stadt, weil das wie gesagt einfach nicht unkompliziert ist. Es ist, die Straßen sind teilweise sehr eng, gerade wenn dann irgendwie sowas ist, wie jetzt vorhin, dass eine Straße gesperrt ist und es umgeleitet wird, ist das mit dem Van manchmal noch ein bisschen stressiger als mit einem Auto. Man ist auf einmal in so einer Sackgasse, wo es dann schwierig ist zu wenden. Parkplätze sind auch nicht so leicht zu finden. Wir hatten einen auf Google Maps ausgescoutet, der direkt bei dem Restaurant war. Und da war es aber eben so, dass die Zufahrt allein schon so eng war, dass wir da halt nicht reingepasst hätten mit unserem Van. Und dann waren die Parkplätze selber auch super klein und die Wege dazwischen, da hätten wir auch nicht wirklich, also es hätte vielleicht irgendwie geklappt, aber halt nur unter voll viel Stress. Das heißt, das sieht man halt nicht unbedingt vorher und da darf man dann halt einfach flexibel sein. Und ein Grund, warum wir halt auch eher selten in so Städte fahren, ist, dass der Van natürlich doch auch immer sicher geparkt sein soll und man einfach ein gutes Gefühl dabei haben will, den Van da stehen zu lassen. Gerade jetzt bei uns, das ist all unser Besitz, was hier in diesem Auto ist und es ist uns einfach wichtig, dass der sicher ist und wir da ein gutes Gefühl dabei haben. Und wir haben ja unsere Alarmanlage von T-Tronic, die gibt uns auf jeden Fall schon ein richtig gutes Gefühl, weil ja einfach die Tatsache, dass es alarmgesichert ist, dient bei vielen schon als Abschreckung. Abschreckung. Wir wissen einfach, dass wir sofort das mitbekommen, falls was wäre, dann kommt aber natürlich noch die Platzwahl selber dazu, weil es gibt halt Plätze, an denen es eher wahrscheinlich ist, dass was passiert und es gibt Plätze, an denen es eher unwahrscheinlich ist. Und ja, da hatten wir jetzt bei diesem Platz, wo wir geparkt haben, ein ganz gutes Gefühl. Aber das sind tatsächlich so all diese Gründe, warum wir sowas eher selten machen. Aber umso schöner ist es, wenn wir das dann mal tun, weil es hat jetzt irgendwie voll Spaß gemacht. Oftmals genießen wir ja eher so Ruhe und Städte sind uns ein bisschen zu viel Impulse und Reize. Und heute war das aber irgendwie voll toll, weil es einfach so schimmig war. Es ist Frühling, das Wetter ist schön, es ist warm, die Leute sind draußen, lachen, sitzen in Cafés, trinken was, unterhalten sich, genießen einfach das schöne Wetter. Und die Stadt hat einfach gebrummt vor Energie, gesummt vor Energie und es war richtig schön. Aber trotzdem freuen wir uns jetzt auch wieder auf unseren wahrscheinlich sehr ruhigen Stellplatz, den wir jetzt gleich beziehen werden. Hier in Slowenien sind oft so eine Fahrbahn gesperrt. Das stimmt. Jetzt geht es weiter. Wir sind gut angekommen und es sieht traumhaft aus. Leider ist das Internet noch nicht ganz gut. Wir müssen noch austesten, ob es gut genug ist, dass wir hier bleiben können, um auch zu arbeiten. Weil es wäre schon schade, hier jetzt wieder weg zu müssen, weil es ist wirklich ein Traumplatz. Aber das seht ihr ja jetzt selber. Mission gerade stehen. Das ist doch noch schief. Aber es geht. Heute scheint hier irgendwie auch eine Veranstaltung zu sein. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Deswegen füllt sich der Parkplatz gerade. Das ist hier auch ein offizieller Wohnmobilstellplatz. Also es ist erlaubt mit dem Wohnmobil hier auf dem Parkplatz zu parken. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich daran gedacht habe, dass wir vorhin gesagt haben, dass wir jetzt wahrscheinlich einfach wieder völlig für uns allein in der Natur stehen werden. Und jetzt kommt hier gerade ein Auto nach dem anderen. Und die haben da in dem Garten aufgebaut und es sieht richtig schön aus. Die feiern da jetzt heute schön. Bin ich mal gespannt. Machst du jetzt ein Bum-Bum? Das ist schon möglich. Ich bin schon ziemlich erschöpft. Von was wohl? Vom Essen, vom Autofahren, von der Entgiftung vor allem wahrscheinlich. Weil Darmkur immer noch. Immer noch Darmkur, ja. Tag 6 von 16. Jetzt ist mal noch Wasser auffüllend angesagt. Wir sind ganz happy, dass hier direkt an dem Stallplatz, den wir ausgewählt haben, auch ein Wasseranschluss ist. Jetzt müssen wir nur schauen, ob unser Schlauch lang genug ist, weil auf dem Weg dahin stehen so viele Autos, dass wir jetzt gar nicht umparken könnten. Wo es das ist. Da? Da. Mal schauen. Ah ja, locker. Jetzt ist nur die Herausforderung, dass wir kein passendes Adapterstück für diesen Wasserhahn haben und müssen uns irgendwas überlegen, damit es hinhaut. Gerade hat der Fabians das erste Mal drangemacht und aufgemacht. Da ist glaube ich mehr Wasser bei ihm rausgekommen, als überhaupt in den Schlauch gelaufen ist. Geht nicht, oder? Ja, ist voll dumm, weil der so schräg abgeschnitten wird. Hier nicht. Jetzt haben wir tauschen. Nein, du läufst zu lang. Ja, wir tauschen gleich wieder. Genau. Hier hat es jetzt angefangen ein bisschen zu regnen und irgendwie ist es gerade total gemütlich. Der Regen hat sich ja jetzt echt lange angekündigt, so über die Wolken, die da hinten so hergezogen sind und es hat schon die ganze Zeit so ein bisschen gerumpelt vor Donner und jetzt ist der Regen da, aber es ist irgendwie kuschelig hier drin. Das ist schön. Was werden wir jetzt heute noch machen? Ist die große Frage. Die Dukes auf Hazard County schauen. Man sieht dich nicht, also zählt deine Stimme auch nicht. Nein. Nein. Ja, vielleicht schauen wir einen Film. Der Fabian hatte heute aber auch vorgeschlagen, dass wir mal was spielen könnten. Ich weiß nicht, ob er den Vorschlag mittlerweile schon wieder bereut. Ja. Ja, tut er? Okay. Dann werden wir uns wahrscheinlich einen Film anschauen. Gestern haben wir das nämlich nicht getan und wollten eigentlich. Darum haben wir das jetzt quasi noch offen. Aber ich mache mir jetzt erstmal noch mein Abendessen. Ich glaube, der Fabian will wahrscheinlich nichts. Boah, ich habe so Bock zu essen, aber bin eigentlich satt. Du hast eigentlich keinen Hunger. Wir haben jetzt endlich eine endgültige Filmentscheidung getroffen und ihn auch geschafft, uns zu leihen, dass wir ihn auch tatsächlich anschauen können. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Und zwar schauen wir jetzt heute Captain Fantastic. Den haben wir schon mal angefangen, während wir gegessen haben. Und dann haben wir ihn wieder aufgehört, weil die ersten paar Minuten sind nicht so cool, wenn man gerade dabei isst. Also wenn ihr diesen Film schaut, dann würde ich euch empfehlen, ihn nicht während dem Essen zu schauen. Wir überspringen jetzt einfach den Teil, den wir schon kennen, weil wir gehört haben, dass es ab dann alles gut ist. Und morgen können wir euch dann sagen, ob es sich auch wirklich lohnt, den Film anzuschauen. Ich glaube aber schon, weil den haben wir schon aus vieler Stelle empfohlen bekommen. Bin jetzt ganz gespannt. Es gewittert da oben ein bisschen. Ich finde es aber wie gesagt super gemütlich und ich denke, wir werden eine ganz tolle Nacht hier haben. Bis morgen. Das Gewitter von letzter Nacht hat sich verzogen und die Sonne ist wieder da. Es ist wirklich ein Paradies hier und wir machen jetzt einen kleinen Morgenspaziergang, um ein bisschen was von der Umgebung nochmal zu genießen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ganz schön heiß ist es heute. Es ist richtig Sommer eingekehrt. Superschön. Wir haben jetzt heute keine konkreten Ausflugspläne oder so, aber ich glaube wir haben den schönen Tag noch vor uns. Und ich werde jetzt als allererstes mal noch einen Hefeteig ansetzen, weil ich heute Abend was leckeres koche und dafür brauche ich den. Und ich mache jetzt gleich was, was mir sehr gut tun wird. Sie selbst. Zufall, ich esse mal wieder. Ich bin ja nicht der Herzen. 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 Und ich mache jetzt wieder das Herzen. Ich bin ja immer noch einiger. Ich bin ja nicht der Herzen. Nach dem Workout bis vor dem Essen, oder? Ja, jetzt habe ich richtig Bock. Ich habe ja gerade nicht so viel Hunger in letzter Zeit, aber nach dem Sport schreit mein Körper förmlich immer nach Guggenessen. Ich bin gespannt, was du uns jetzt zauberst. Ja, sei gespannt. Es ist ja die Challenge, also es ist keine Challenge, aber ich finde es cool, ich habe ein Gericht entdeckt, was sehr lecker ist, sehr gesund und was ich glaube, was ich in unter 15, 10 Minuten herrichten kann. Ich bin gespannt, die Zeit läuft. Es hat genau 15 Minuten gedauert, Thema Parkinsonisches Gesetz. Es gibt auf jeden Fall ein Gesetz, was sagt, du brauchst genauso lang für eine Sache so viel Zeit, wie du dir vornimmst. Darum soll es aber gar nicht gehen. Lecker ist es. Was hast du uns gezaubert? Das sind weiße Bohnen aus der Dose, also weiße Riesenbohnen, Tomaten, Zwiebeln, wo ich Ja, los geht's. Und rote Zwiebeln. Und Petersilie. Und Kräuter der Provence. Und Salz und Pfeffer. Ja. 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 sehr gut getan und wir haben uns jetzt einfach kurz aus unserem Wassertank kalt abgeduscht und über dem Waschbecken, was es da hinten gibt, unsere Haare gewaschen, dass wir wieder schön fresh sind. Und jetzt werde ich tatsächlich auch schon wieder kochen, weil wir heute Abend noch zwei Termine haben und ich auch schon wieder echt Hummer habe. Zwei? Ja, ich habe noch abends den Call. Also ich habe zwei, der Fabian hat nur einen. Aber deswegen fange ich jetzt schon mal an zu kochen und freue mich sehr drauf. Es wird richtig lecker, es wird ein bisschen Freestyle und ich versuche ein bisschen was zu rekreieren, was der Fabian mal gekocht hat und zwar als wir mit Lukas und Josy auf Elaphonisos waren an Silvester. Und ich hoffe, dass ich was hinbekommen, was genauso lecker ist. Mal sehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Super lecker. Da braucht man eigentlich nichts dazu. Du kannst aber nicht nur Hefebrot essen. Ein schönes Wochenende ist zu Ende. Wir hatten ziemliche Kontraste durch unseren Ausflug nach Nubiliana und dann unsere Ankunft hier mitten in der Natur. Ich weiß gar nicht, ob wir es genug gesagt haben, aber es ist so ein Paradies hier. Wir fragen den Besitzer mal, ob wir den Platz verlinken dürfen. Wenn ja, machen wir das. Das ist ein Traum. Wirklich ein Traum. Und wir würden euch sehr empfehlen, wenn es sich für euch mal gibt, hierher zu kommen und diesem Ort einen Besuch abzustatten. Einfach nur um richtig anzukommen und völlig in der Natur zu sein und irgendwie von allem Abstand zu haben. Das ist so toll. Ihr merkt, wir schwärmen. Wir freuen uns jetzt schon drauf, hier die nächsten Tage zu verbringen und weiterhin diese tolle Energie aufzusaugen. Aber für heute, für dieses Video war es das. Es ist spät. Wir sind müde. Und wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und dass wir euch im nächsten Video wiedersehen. Und damit, Peace! Das haben wir auch schon mal Synchroner gemacht. Aber es ist okay. Ja, ich glaube auch. Wir sind ja keine Synchron-Schwimmer oder Synchron-Sprecher. Bis zum nächsten Mal!